Hey, Molly-Woo! Hey, Brooklyn! Du wirst mir nicht glauben, was grad passiert ist! Los, erzähl schon! Ich hab rausgefunden, wer der prominente Star der Show ist! Es ist... Oh, Mann! Ist das die weltberühmte Performerin und Stil-Ikone Jacinda? Ja! Dieser Job wird echt immer besser und besser! Außer für die Person, die gefeuert wurde. Ich weiß, das war heftig. Ich musste ihr beim Packen ihrer Sachen helfen. Weißt du auch, warum sie entlassen wurde? Nein. Aber sie hat sich die ganze Zeit bei mir über Jacinda beschwert, was ich eigentlich nicht so toll finde. Sie soll sehr anspruchsvoll sein. Ein großer Star wie sie steht wahrscheinlich auch unter großem Druck. Ja! Und sie spielt nicht nur die Hauptrolle in dieser Serie, sie produziert sie auch. Also, ich finde das ziemlich cool. Malibu! Ich meine, das möchte ich vielleicht auch eines Tages machen. Eine ganze Fernsehsendung produzieren? Wie cool ist das bitte? Malibu! Neher dumm Schitzitz los! Oh! Was? Was ist das bitte für eine verrückte Geheimsprache? Malibu! Hi! Ich ruf dich zurück! Jetzt red schon! Ich konnte nicht mehr warten. Alles gut? Ja! Ich wollte dich auch gerade anrufen. Brooklyn, sieh doch mal, wo ich hier gelandet bin! Ah! Oh krass! Bist du etwa in der Maske? Ha! Cool! Das habe ich auch gedacht! Barbie! Die Produzentin möchte dich sofort sehen! Oh! Ja klar! Ich ruf dich gleich zurück! Tut mir leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe! Ich musste sofort weg! Mir wurde ein neuer Job angeboten! Was? Das ist ja Wahnsinn! Jacinda hat mich gefragt, ob ich weiß, wie man einen französischen Zopf macht! Und ich meinte, klar! Ich kann alle Zöpfe! Und im nächsten Moment war ich schon die Assistentin der Assistentin der Leiterin der Abteilung! Aha! So macht man das! Und wie geht es dir? Wie war dein Tag in der Garderobe? Naja! Ich bin wieder etwas besser im Bügeln geworden! Super! Das klingt echt schön! Zeig ihnen einfach, was in dir steckt! Ist dir gut? Mein Handy ist runtergefallen! Und was hat es mit diesem Hund dort auf sich? Oh! Hey Süßer! Was machst du denn hier? Oh! Nein! Aus! Nimm das nicht! Oh nein! Hey! Vorsicht! Wir reden heute Abend, wenn ich mein Handy wieder habe! Na dann! Viel Glück! Später!